Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9007 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gerne unterbrechen wir unsere Arbeit für eine kurze gemeinsame Pause. Gerne unterbrechen wir unsere Arbeit für eine kurze gemeinsame Pause. Schokolade kann manchmal schmelzen. Besonders wenn es warm ist. Schokolade kann manchmal schmelzen. Besonders wenn es warm ist. Schokolade kann manchmal schmelzen. Besonders wenn es warm ist. Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Sollen wir in diesem Jahr ein Ferienhaus in Dänemark buchen? Kannst du in deinem Land Bananen kaufen? Sie sind reich an Vitaminen. Beim Camping ist die Reinigung des Zeltes wichtig, um es lange nutzen zu können. Beim Camping ist die Reinigung des Zeltes wichtig, um es lange nutzen zu können. Seit wann machst du Werbung für eine Sonnencreme? Ich warte im Café auf dich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.